Ja, Majestät wäre besser. Willkommen in einem australischen Winter. Denn so sieht ein australischer Winter aus. Ich bin Queensländer. Und in Queensland ist es immer der Fall. Blauer Himmel. Sehr schön. Gedei. Nice to see so many Australians here today. And some Brits and New Zealanders. No, 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 that's right. David, are we going to talk about the cricket? No, no, we're not going to talk about the cricket at all. Under any circumstances. Let me out! No, no. Wie Sie vielleicht jetzt erfahren haben, ich bin bestört worden heute. Wie Sie vielleicht jetzt erfahren haben, sind wir eigentlich ganz große Sportfans in Australien. In Australien, also nur ein Typ von Fußball genügt uns nicht. Also wir haben mindestens vier Typen von Fußball in Australien. Wir haben natürlich, was wir zocken nennen, und wir sind seit drei Weltpokals dabei. Also wir sind gut an alles eigentlich. Und ich bin so thrilled today dass wir able to be here to celebrate the Munich Kangaroos Not least because as a Queenslander I take an interest in Aussie Rules Football. This is very rare. But my favourite team in the whole of Australia is actually the, what I now still call the North Northern Kangaroos who have your jerseys. So I'm delighted to be here today. Herr Bürgermeister, Sie haben gefragt was gefällt Australien und München. Und die Antwort ist eigentlich ganz klar, ganz einfach alles. Also wir sind hier eigentlich zu Hause. Bier, blauer Himmel, Oktobofest, Bayern München, Das wäre besser. Und wir haben dazu die Münchner Kangaroos. Und das ist auch wunderbar für uns. Also wir sind ganz erfreut, hierher zu sein. Ich hoffe, dass dieses Fest in den nächsten Jahren wiederholt wird. Und als ein Beitrag, München haben uns viel gegeben. Und jetzt haben wir ein Fest, das ein Beitrag ist, zu München. Hier in Münchenmarkt, an einem schönen Abend, mit vielen Australien, vielen anderen Ländern, mit unseren deutschen Kollegen und Freunden. Es ist wirklich wunderbar, hier zu sein. Also, danke schön, das wir das machen können. Ich bin sehr glücklich, für die Organisers, dass so viele von Ihnen auf uns geholfen haben. Als ich um München herumgehebte, ich konnte nicht helfen, aber über 800,000 Australian accents. Und ich bin sicher, dass sie hierher werden. So, danke schön. Danke schön. Und füßt fast. Applaus Applaus